Hallo liebe Freunde, wir gucken mal wieder Sebastian Wege zu, wie Lebensmittel zubereitet werden, also ganz banale Sachen hier, wie man sieht, Gummibärchen, dann hier diese Riegel, ja ist jetzt die Sendung, die Tricks von Haribo. ZDF, besser esser. Und der Mann macht super Sendung, hat einen Wahnsinnsaufklärungswert, das was man so tagtäglich zu sich nimmt. Und du meinst, dass der Lachs wirklich den besten Nussesquart hat. Stimmt, oder? Da ist auf jeden Fall am wenigsten von Zucker drin und richtige Fettsäure. Zucker ist überall drin. Schlecht. Ihr habt noch 5 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Man staunt. Wie sicher seid ihr euch? Sehr unsicher. Ihr habt gar keine richtig. Okay. Man staunt. Was meinst du, wie viele von den Produkten hast du hier richtig platziert? Verdammt, jetzt weiß ich wieder nicht, wie man zurückschaltet. Das ist nicht eins richtig. Das hat A. Das. Das.